Mein Name ist Sebastian Matthias Weisbach, ich bin Schauspieler, ich bin in Berlin geboren und meine Mutter ist Engländerin, deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen und in letzter Zeit arbeite ich halt vermehrt auf Englisch, einfach weil der Markt gerade in Berlin dafür ganz gut ist und ansonsten spiele ich für ein Kindertheater, das gleiche an dem, wie er jetzt auch spielt und mache Kurzfilme. Wie bist du zu dem Film gekommen? Ich habe mich einfach auf unser Rat beworben, als David Schauspieler gesucht hat, wenig romantische Antwort, aber naja, es ist ja nicht wie über einen Freund oder David und ich haben uns zufällig in einem Café getroffen und über Filme geredet, ne, er hat auch, ich weiß gar nicht mehr wo, aber er hat auch nach den Rollen gesucht, die noch nicht gefüllt waren und das Projekt klang interessant und deswegen hatte ich mich einfach beworben und dann habe ich mich mit David getroffen und hat gleich gemerkt, dass die Chemie gut funktioniert und dann, ja, habe ich Michael gespielt. Was ist mit dem Genre? Liegt dir das Genre? Okay, als Schauspieler ist das eine schlechte Frage, aber persönlich bist du ein Horrorfilm-Fan? Von guten Horrorfilmen, ja, also es kommt halt sehr stark darauf an, welche Horrorfilme, aber ich mag halt sowohl die Klassiker, also Friday 13, in Maßen noch den ersten Nightmare on Elm Street, als auch so diese, also ich bin halt groß geworden mit dieser neuen Reihe von Teenie Slashen, Scream, das war halt so meine Jungs Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Deswegen hängt halt so da so ein bisschen mein nostalgisches Herz dran und jetzt weiß ich halt vor allem Filme zu schätzen, die so ein bisschen mit dem Genre spielen, wie The Cabin in the Woods oder Tucker and Dale vs. Evil. Kannst du uns etwas über deine Rolle erzählen? Was für ein Typ ist er? Michael ist so ein bisschen die Wildcard der Gruppe, so ein etwas verrückterer Typ, der auch ein ziemlich leicht reizbares Temperament hat und der sich ungerne von Leuten was sagen lässt, wenn er anderer Meinung ist. Da wir jetzt gerade dabei sind, David hat erzählt, er ist auch ein Regisseur, der so Feedback von seinen Schauspielern zulässt, also wenn irgendwas nicht passt. Kannst du uns dazu was erzählen, gab es das, dass du gesagt hast, oh der Dialog passt mir nicht oder wo wir jetzt hinrennen sollen, das ist mir irgendwie zu unlogisch. Mit dem Dialog waren wir ziemlich frei, also da hat er uns die Freiheit gegeben, auch weil wir alle Native Speaker sind der einen oder anderen Kapazität, deswegen konnten wir damit relativ frei umgehen. Wir haben die Szenen auch immer für uns vorher durchgegangen, dass wir alle wussten, okay, das Stichwort hat sich ein bisschen verändert, okay, der Mix, ah, er sagt das, der kann nicht so reagieren. Also das war schon alles abgesprochen und ansonsten, dass die Szenen halt klassisch gestellt waren, also wir wissen, wo wir anfangen, wir wissen, wo wir am Ende der Szene stehen, also das stand halt schon so fest. Und wir sind auch nicht blind ins Schwarze gerannt, also wir konnten zumindest vorher mal schauen, in welche dunkle Ecke von dem Sanatorium wir jetzt rennen und wo die rostigen Nägel und Stangen sind, die wir mit dem Hals vermeiden müssen. Also es gab auf jeden Fall rostige Nägel, sorry. Mit welcher Szene habt ihr angefangen? Ich kam erst am zweiten Tag dazu, also am ersten Tag waren nur Olivia und Josh da und haben ihre Szenen gemacht. Welche Szene haben wir angefangen? Ah, mein Gedächtnis lässt mich jetzt ziemlich hängen. Kannst ja nicht sagen. Mit welcher Szene habt ihr aufgehört? Äh, die, ah, jetzt trifft sich die Mischung aus dem, was ich verraten darf. Okay, alles klar. Wir haben nicht chronologisch gedreht, aber wir haben uns schon so ein bisschen Richtung Ende bewegt und wir haben nachts aufgehört, also, und nachts sind halt die Szenen, die draußen und drinnen im Sanatorium sind, ähm, ja. Von deinen Erwartungen her wurden sie erfüllt, was den Film angeht? Es gibt ein geringes Budget, du als Schauspieler wirst auch nicht so viel bekommen haben. Naja, also das geringe Budget, daran hat man sich gewöhnt, vor allem in Berlin, äh, wenn man hier arbeitet. Ähm, nee, also das nicht, aber was, was mich sehr angenehm überrascht hat, war die Dynamik im Team, weil ansonsten ist es halt schon öfter am Set so, dass man irgendwie Leute trifft, mit denen man gar nicht zusammenarbeiten kann. Und das war halt diesmal wirklich sehr angenehm, weil wir uns alle sehr, sehr gut verstanden haben, weil wir alle sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Und das ist halt, wenn man zwölf Stunden lang bei minus zwei Grad irgendwo ohne Funkempfang ist, einfach ein super Bonus, den man hat, dass man sich mit der Gruppe an Schauspielern versteht. Ich habe David vorhin schon gefragt, dass ich der Meinung bin, hier in Deutschland haben wir so diese Genre, auch Genrefilme sind etwas unterbewertet. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen? Naja, ich meine, es gibt halt zwei Komponenten. Zum einen ist halt der Markt für Genrefilme nicht so groß wie für das Mainstream-Tilschweiger-Kino, also da gehen halt keine Millionen Leute ins Kino, dann gibt es halt auch keine Millionen Budgets. Und auf der anderen Seite, die Filmförderung in Deutschland ist halt leider auch so ausgerichtet, dass sie halt keine Genrefilme fördert, sondern die fördert dann halt Zweiter Weltkrieg, DDR oder Sozialdrama. Und es gibt halt ja immer mal wieder deutsche Genrefilme, so Hell fällt mir zum Beispiel ein aus den letzten Jahren, aber das ist dann halt auch immer eher ein Nischenprodukt und dann immer die Ausnahme, die man hervorhebt. Deswegen, also man müsste es, glaube ich, einfach stärker fördern und dann würden die Leute halt auch deutsche Genrefilme sehen. Und ich glaube auch, dass Deutsche haben da ja auch Geschichten zu erzählen und dass es auch in Frankreich oder Großbritannien besser klappt, sieht man da ja auch. Also Deutschland ist halt ein größerer Markt als Frankreich. Also da fehlt es, glaube ich, einfach an der Förderung. Du bist Schauspieler. Wie stellst du dir deine weitere Zukunft vor? Willst du Schauspieler bleiben oder vielleicht auch Regisseur werden? Also ich arbeite auch als Regisseur. Ich mache beides so ein bisschen, aber ja, da und im Filmbereich liegt auf jeden Fall meine Zukunft. Also wenn ich da nicht weiter arbeite, dann merke ich ziemlich schnell, dass ich den Verstand verliere, was weder für mich noch für meine Umwelt ein wünschenswerter Zustand ist. Hast du Schauspielerei studiert? Ja. Und wo? Ich war auf einer Privatschule, die heißt Berliner Schule für Schauspiel. Und da habe ich halt so meine klassische Bühnen-Drama-Ausbildung gemacht und dann halt so ein bisschen eher über das freie Arbeiten hin zu Kamera und Film gefunden. Was machst du als Nächste? Ach, den Urlaub. Ne, es ist jetzt noch nichts Konkretes geplant. Also vor den nächsten Wochen zumindest nicht. Lass mich überraschen. Olivia hat uns was vorhin von den Dreharbeiten erzählt. Von deiner Sicht aus, gab es da irgendwie unerwartete Schwierigkeiten oder Sachen? Die Kälte war halt, die Kälte war definitiv ein Faktor, der da mit rein spielt. Gerade als Schauspieler, wenn man halt schon fünf Stunden bei minus zwei Grad draußen war, merkt man, dass die Mobilität im Gesicht doch ein bisschen eingeschränkt wird. Also das ist halt doch ein Zustand, der schon stark an einem nagt. Aber ansonsten irgendwie großartige Überraschungen gab es, glaube ich, nicht. Ja, es war halt wirklich einfach nur die Kälte, die Lagersituation, dann da zwölf Stunden in dem Sanatorium. Und wenn man auf seine Szene wartet, dann sitzt man halt im vergleichsweise warmen Warteraum mit dem Heizpilz. Der Film wurde über Startnext finanziert. Was hältst du davon? Du bist selber Regisseur, hast du gesagt. Würdest du das auch machen? Geld durch Crowdfunding suchen? Also ich meine, so Crowdfunding-Sachen sind natürlich immer eine gute Sache, das so ein bisschen problematisch ist, wenn Leute größere Budgets gefundet haben wollen, dann müssen halt auch größere Namen dahinter stecken. Deswegen von daher, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Klar kann man Sachen dadurch finanzieren, aber eine richtige Feature-Film-Produktion, die ja locker im sechsstelligen Bereich ist, da muss dann halt schon ein bekannter Name dahinter stehen und dann wird es halt wieder so ein Effekt. Ja, aber hätte nicht Till Schweiger auch das Geld selber mitbringen können, ist das nur ein Publicity-Stunt. Aber also prinzipiell ist es natürlich eine gute Sache, wobei auch dieses, wenn ihr die Summe nicht erreicht, bekommt ihr nichts. Das System ist natürlich auch so ein bisschen, ja, schwierig.